Jennifer Kramer ist eine deutsche Fußballspielerin. Seit der Saison 2008-09 steht sie beim Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam unter Vertrag. Karriere Kramer begann als Fünfjährige bei der JSG Rödenau-Birkenbringhausen mit dem Fußballspielen und gehörte dem Verein bis 2007 an. Von 2005 bis 2008 war sie mit einer Gastspielerlaubnis beim DFC Allendorf-Eder aktiv. 2008 folgte dann der Wechsel an die Potsdamer Sportschule Friedrich-Ludwig-Jahn und damit in die Jugendabteilung des 1. FFC Turbine Potsdam. Während ihrer Schulzeit gewann sie die Schulweltmeisterschaft 2009. Mit der U17-Mannschaft der Turbine gewann Kramer außerdem 2009 die deutsche Meisterschaft der B-JuniorInnen. Zur Saison 2019 rückte sie in den Kader der zweiten Mannschaft auf die in der zweite Bundesliga Nord spielte. Am 19. September 2009 debütierte sie beim 1 zu 0 Sieg im Heimspiel gegen den SC 07 Bad Neuenahr in der ersten Mannschaft und gewann wegen dieses Einen Einsatzes mit der Mannschaft ihre erste deutsche Meisterschaft. Ihr erstes Bundesliga-Tor erzielte sie in der Folgesaison ebenfalls gegen den SC Bad Neuenahr am 16. Oktober 2011 mit dem Siegtreffer in der 70. Minute. Mit 19 Bundesligaspielen und zwei Toren trug sie zur Titelverteidigung bei. In ihrer dritten Spielzeit absolvierte sie 20 Bundesligaspiele und erzielte ein Tor. Für die U17-Nationalmannschaft bestritt sie ihr erstes Länderspiel am 4. September 2009 beim 0 zu 0 gegen die Auswahl Israels. Mit dieser Auswahlmannschaft nahm sie vom 22. bis 26. Juni 2010 an der Europameisterschaft 2010 in der Schweiz teil, kam in zwei Turnierspielen zum Einsatz und wurde mit der Mannschaft mit dem 3 zu 0 Sieg gegen die Auswahl der Niederlande Dritte. Noch im gleichen Jahr erreichte sie mit der Auswahlmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Trinidad und Tobago das Viertelfinale, das mit 0 zu 1 gegen die Auswahl Nordkoreas verloren wurde. Ihr Debüt in der U19-Nationalmannschaft gab sie am 23. Februar 2011 in Nettetal beim 2 zu 0 Sieg gegen die Auswahl der Niederlande. In diesem Spieljahr absolvierte sie noch neun weitere Begegnungen. Vom 30. Mai bis 11. Juni 2011 nahm sie mit der Mannschaft an der Europameisterschaft in Italien teil und drang bis ins Finale vor. Das mit 8 zu 1 gegen die Auswahl Norwegens gewonnen wurde. Für die U20-Nationalmannschaft kam sie zehnmal zum Einsatz. Erstmals am 9. Februar 2012 in La Manga im Rahmen des Vier-Nationen-Turniers beim 1 zu 1 Unentschieden gegen die Auswahl Norwegens. Am 11. März 2013 debütierte sie in der A-Nationalmannschaft, die im Rahmen des Algarve-Cups in Lagos das Länderspiel gegen die Auswahl Norwegens mit 2 zu 0 gewann. In der 31. Minute wurde sie für die verletzte Luisa Wensing eingewechselt. Am 24. Mai 2015 wurde sie von Bundestrainerin Sylvia Knight in den endgültigen Kader für die Weltmeisterschaft 2015 in Kanada berufen. Erfolge ISF-Schulweltmeisterin 2009 Leben Jennifer Kramer absolviert seit 2014 ein Studium zur Polizeikommissarin an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburgs.